Ein Mann mit einem dummen Gesicht aß ein Kotelett, bekam den Schluck auf und starb. Die Kellner trugen ihn hinaus in den Flur, der zur Küche führte, bedeckten ihn mit einem dreckigen Tischtuch und legten ihn längs der Wand auf den Boden. Für mich, wenn es geht, einmal Böf-Buyi. Was wünschen, der Herr? Wenn es geht, für mich bitte Böf-Buyi. Wie sagten Sie? Ich möchte Böf-Buyi. Was möchten, der Herr? Ich möchte Böf... Ein Mann mit einem dummen Gesicht aß ein Kotelett, bekam den Schluck auf und starb. Die Kellner trugen ihn hinaus in den Flur, der zur Küche führte, bedeckten ihn mit einem dreckigen Tischtuch und legten ihn längs der Wand auf den Boden. Was darf es denn sein? Für mich... Der Herr wünscht... Böf-Buyi. Böf-Buyi. Wie? Böf... Böf... Buhi. Buhi. Böf-Buyi. 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 Wenn es geht. Wie merkwürdig. Wie unersprechlich merkwürdig. Das hinter der Wand. Hier. Dieser Wand. Ein Mensch sitzt. Die langen Beine in roten Stiefeln ausgestreckt, sitzt er da. Mit einem bösen Gesicht. Man bräuchte nur ein Loch durch die Wand zu bohren und hindurch zu schauen. Und sofort wäre es sichtbar, wie dieser Mensch da sitzt. Mit seinem bösen Gesicht. Für mich, wenn es geht, einmal Böf-Buyi. Nächster. Böf-Buyi. 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 Böf-Buyi.